willkommen zurück in ark aberration mit dem felix und unserem neuen tier snack hat der felix ihn genannt und zwar haben wir gerade quasi in der pause zwischen der zweiten und der dritten folge dieses tier hier gefunden quasi weil der stand hier wollte seltene pilze felix gibt ihm seltene pilze und zack gezähmt vorher noch einmal kurz die seltene pilze gegessen ja auch ja aber es hat echt gut geklappt und ich dachte nicht dass er auf einmal level 140 weil er glaube ich wir haben jetzt ein paar punkte gegeben dass der mit einem snack uns gehört schon deswegen hat er ihn snack genannt anscheinend gut und wir wollen jetzt auf die jagd gehen jetzt auch mal felix was ist mit dem los keine ahnung ich glaub den hast du erzogen ne eindeutig der so süß wenn man skillpunkt das gilt oh ja gut gehen wir oder ja würde ich sagen wir sind ja ein bisschen gewappnet ich habe kein schild ach so hast du noch eins aber ich kann ja gucken was das schild ist kann ja was kosten dass das große frage zwölf leder 40 ich hab schon danke hab schon hab schon und selber skill dann können wir los oder wir haben keine ahnung wohin gesagt einfach mal richtung süd süd ost oder das ist mir einfach da den fluss runter auf geht's schön mit dem speer in der hand da ist diese eine knuskugel ja ja aha und triceratops haben wir auch gesagt dass wir bald irgendwann mal zähmen aber der ist ein bisschen hoch ne leuchtet der schaut richtig cool aus die leuchten fast alle das ist extrem ne da oben ist wieder eine crystal farm können wir uns merken ja hinter dem haus hatten wir es ja auch ich weiß nicht ob es immer noch da ist aber ich gehe mal davon aus ja ja gute frage ich komme kurz den snack den radius klein an verhalten oh kanu hinter dir lauf er niedrig los lauf 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 der greift jetzt nämlich den trike an mit dem wollen wir es noch nicht aufnehmen mit dem guten ja ja ungern da wollte ich drücke sterben ja letztens hatte ich hier aufgefälligte warte mal bevor du da runter springst ja nicht gefallen wenn das skorpion habe ich unten hinten noch ein skorpion unten irgendwas wollte ach du scheiße ist das unten oh oh hast du die steinschleiter da ja habe ich da theoretisch könnte man zähmen ne sagst du dem typen da mal passiv da ja warte ich muss kurz zu steine fahren ohne 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 ich habe jetzt hier keine steine mehr dabei hoffentlich sind wir nicht zu weit weg ich habe immer noch nicht ganz verstanden was dieses rot leuchten bedeutet das hat ein boost also das ist so ein bisschen normal gibt es auch einfach ein boost es gibt natürlich mal alphatiere oder wenn du einfach ein boost wie sie es genau bekommen weiß ich nicht so unterschiedlich aber das ist sehr gefährlich wir fallen fast runter ja warte mal du bleibst mal hier stehen einfach snack ja weil wenn wir jetzt hier noch weiter vorgehen ist die gefahr dass wir runter fallen sehr groß und dann sind wir tot das sollten wir nicht probieren ja das ist auch so ein überhang der mir nicht so gefällt ja wie machen wir das denn am schleuesten eine müsste auf zwei seiten stellen einer müsste rüber rennen und ich probiere das aus stimmt 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 warte dann willst du hoch und dann ja doch ich lasse mal snack bei dir ja so einen weg hier außenrum zu finden mal schnell ja geh du mal da hoch und dann wenn er dich fokussiert dann kann ich hier angreifen und der der bei mir ist den kannst du angreifen das geht gar nicht und ich muss wieder zurück ich muss zwischen bei den durch einfach durch rennen jetzt gerade steht einer so dass ich ihn angreifen kann okay dann mach mal mach ja jetzt rennt er schon weg nach zwei schüssen ernsthaft ja oder die war das machen auch was die terribles auch die rennen weg und nicht und okay hat sich erledigt ich glaube der kanu oder annie die rennen weg wegen dem kanu ja gut den können wir von hier aus schon sehen greifen an ohne jetzt kommen die dinge und greifen den kanu an doch nicht die wollen auch uns die die mögen sich anscheinend gegenseitig egal immer auf denen der gerade da ist den kopfnüsse verteilen für die leute die das prinzip in arg noch nicht kennen man versucht die bewusstlos zu kriegen so mit wenig schaden wie möglich eigentlich in unserem fall mit einer steinschleuder und wenn die bewusstlos sind kann man den zu essen geben und dadurch zähmt man sie und irgendwann machen sie dann auf und es ist ein gezähmtes tier deswegen versuchen jetzt gerade besonders den kanu weil der ist sehr gut eigentlich aber der rinnt jetzt wieder weg und das ist ein raptor ne selbst wenn wir jemanden zähmen könnten wird schwer weil wir haben da lauter feindliche tiere haut halt ganz schön rein besonders das scorpion die mögen sich zwei gegenseitig aber uns mögen sie nicht versuchst du es gerade ja ne ja ich versuche so zu kommen aber das hat nicht so wirklich funktioniert wie ich das habe ich auch noch der scorpion dazu nicht wahr sich bei der steinschleuder ist auch die die schotze eher dass man sie tötet aber ist ein steinschleuder ist ja kaputt ah muss man kurz die namens hier halt bringen gehen sie wieder weg jetzt ist der raptor auch noch bei uns ei karamba du ach du schütze ich bin angerufen nein wo bist du hä du bist da hinten wow der kann hochspringen Felix okay ich lauf mal watch out so ich versuche mal hier irgendwie entlang zu kommen ehrlich muss kurz schwimmen ich hoffe ich werde nicht sterben ah nein kanu achtung der kanu kommt richtung zu dir ich bin weit weg ja komm ach sehr schön ich habe eine mögliche runde weiter hoch zu kommen die höhere etage ja naja ich muss jetzt mal gucken was jetzt dementsprechend meine ambush boot äh mein holzfasern led ach ich habe mir fehlt ja alles na die steine kommen nicht so weit leider Ah, rennen sie jetzt weg wegen dem Erdbeben oder weil ich den Schaden mache? Ach, das ist ein Nacktmutsch. Oh, ich darf nicht runterfallen wegen dem Erdbeben, Achtung. Oh ja. Ehrlich. Ah, bei dir ist wieder dieser Riesenrachte. Ähm, ein Nacktmutsch. Ah, die greift gerade die Wölfe an. Echt auch, ja? Ja. Das Problem ist, die braucht Leder. Das habe ich leider nicht. Sonst kann ich meinen Steinschaden nicht abdecken. Aber das ist schlecht. Ich glaube, ich habe noch Leder. Ja, ich habe noch ein einziges Leder. Ja. Ja. Ah, was haben wir denn jetzt mittlerweile? Da müssten wir irgendwas töten. Holz fehlt mir. Fasern fehlen mir. Der Leder. Der hat 2500 Leben. Das gibt mir ein bisschen Nacktmutschaden. Eigentlich sollte der ja im Zweifel auch die Gegner im Büschel kaputt machen können. Eigentlich schon. So hat er keinen richtigen Nacktmutschaden. Wo sind jetzt eigentlich die Jungs hin? Pass auf, Raptor. Ja, ich seh's gerade. Ja, die zwei Stück sind direkt unter dir. Ah, okay. Ah, einer ist links zu dir. Und der Rapsor kommt zu dir. Einer ist links, der steht am Ufer lang. Kann leider nicht weiter gucken. Hm. Ah, du hast mal überlegen. Ja, das ist jetzt gerade schlecht hier, ne? Holz. Ist das mehr als schlecht? Warte mal. Versuch mal, bessere Position zu kriegen. Oh Gott. Oh Gott. Der ist ganz viel langsam. Dein Snack. Tja. Ist nicht viel schnell nicht ausgelegt worden. Wir haben da auch schon, glaube ich, zwei, drei Punkte. Das Geld. Ah, ich kann doch nichts machen. Außer Töten. Der kann auch nicht springen, ne? Naja. Ist ja peinlich. Ich will euch überlegen, was machen wir dann am besten. Töten. Und einen Kanu haben wir hier auch noch. Mahlzeit. Und einen Raptor. Wir haben drei Raptoren hinter uns, Felix. Bei unserem Haus. Wow. Cool. Ja, Mahlzeit. Die Wölfe sind nämlich Low Level, beziehungsweise auch der, äh, äh, sag schon, der Skorpion Level 4 und Level 13. Also sollte er auf jeden Fall hinbekommen. Oh, der kann mich von da angreifen. Meinst du das Snack? Oh, Vorsicht, Kanu kommt zu dir. Ja, ja. Also die sind nicht hohes Level. Und der Kanu? Der Kanu oder das? Komm her, Kanu. Ich glaube, der ist mir zu intelligent fast. Komm her. Ich muss, ne, komm ich an den gar nicht ran gerade. Ich muss echt an den Leder rankommen. Ich muss irgendein Tier töten. Ah. Ja, jetzt ist die Frage der Fragen. Was machen wir? Bei dir sind nochmal die zwei Wölfen. Und mit dem Snack rüberkommen. Aber das wird halt echt gefährlich. Ich will's fast Snack da stehen lassen. Und ich? Ich will schneller, wenn du zu Fuß gehst. Ja, und wie soll ich da rüber? Level 4 ist der Kanu. Nur? Ja. Wie könntest du zähmen? Kannst du den von dort aus zähmen? Nein. Ich hab kein Leder. Ich muss ein anderes Tierchen töten. Irgendwann, du hast da auch kurz. Okay. Wie komm ich denn da rüber? Du musst einfach links lang, da wo die Kanu ist. Am Wasser entlang. Und einmal komplett außen rum. Ja. Leider. Ich hab ja nicht gedacht. Am Wasser entlang. Ich muss jetzt den Raptor leider. Bist du durchs Wasser geschwommen? Ja, ganz kurz. Da ist ein Wolf bei mir. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Da Level 39. Warte mal. So. Gut. Ich kann. Ich hab gleich Holz. Mal das mal so. So. Meine letzte Möglichkeit jetzt hier die zu reparieren. Ja. Also ich hab jetzt wieder auch Ressourcen. Ravager. Ich werd mich wirklich drum kümmern, dass ich den Kanu zähme. Oh fuck. Ich hab hier drei Wölfe bei mir, ne? Hm. Ja, probier's. Ich versuche hier die Wölfe zu kriegen. Das ist ja der Wahnsinn. Ein gescheiten Spot. Bitteschön. Ein paar Steinschleuder aufm Kopf hier. Zack. Zack. Der Fluster enthochtet. Typie. Hätte ich keinen Bock drauf. Hm? Kanu? Er schwimmt aufs Wasser raus. Ne. Jetzt fliegt der glaube ich. Das quält mir nicht. Kanu darfst aber nicht im Wasser ummächtig werden, mein Freund. Ich schieß trotzdem mal ein bisschen weiter. Oh fuck. Ich bin runtergefallen. Oh. Lauf. Lauf. Raptor kommt. Oh. Ich kann nicht. Ich bin schwer verletzt. Ich blute. Oh nein. Shit. 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 Oh Gott im Himmel. Ne. Ich werde nicht überleben. Ich glaube ich werde es nicht überleben. Der Raptor ist auch da. Jung. 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 Ja. So in etwa. Und der Raptor hat mich am Boden. Oh nein. Das überlebe ich nicht. Hm. Haben wir eigentlich mit Leuten Betten gebraucht und nicht mal das glaube ich, ne? Nein. Aber wir haben wir glaube ich nicht so weit zum Spawnen. Ne. Wir spawnen immer relativ in der Nähe. Oh nein. Muss ich erst mal schauen, dass ich mein Zeug dann wieder kriege. Ja. Genau. Halt nicht ganz so einfach wie in Survival Evolved, ne? Normaler. Ja. Ja. Besonders, dass wir jetzt so neu sind. Ja. Das ist doch eine Schwierigkeit drauf. Wenn wir halt die Tiere so beziehen können, auch wenn die nicht so high level sind. Ja das ist schon mal ein ganz guter Anfangsstart. Ich bin mir aber nicht sicher ob wir Skorpion oder so ein Tier. Ich habe einen Ombächtig bekommen Skorpion. Ja. Was will der? Skorpion will doch irgendwie so. Frotte das Fleisch. Das kriege ich aber nicht hin. Oh nein. Ich kann ihm normales Fleisch aufgeben. Vielleicht würde ich das auch mögen irgendwann. Äh ich habe den Karne bei mir. Kann ich den? Kriege ich da auch hin. Oh nein. Wir haben ein Problem. Ja. Ich habe jetzt auch viele Adoptoren. Okay. Er nimmt auch normales Fleisch. Okay. Okay. Ich muss jetzt einen Kano irgendwie zu mir bekommen. Der Kano ist hinter dir. Ja ich weiß. Die Raptoren greifen mich gerade an. Aber der Kano möchte nicht. Der ist schon so down, dass er immer nur wegrennt. Vor allem die Sachen. Äh Felix. Ja. Achtung Raptor. Jo. Du musst leider das gerade ausbaden. Ich versuche es gerade den Kano noch zu bekommen. Ich komme gerade zu tief. Vielleicht kann ich den Notfall unterstützen. Schieß mit den Pfeilen, falls du noch an deine Ecke kommst. Die machen extrem gut Schaden. Ich habe gar nichts. Ich bin tot. Ich kann nicht, dass er auch nicht im Wasser umnächtig kommt. Okay Raptoren. Nein, 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 nein. Und ich kann im Wasser nicht schießen. Das ist die leichte Gegend, ja? Ja. Total leicht. Wegen drei Raptoren. Ey Karamba, du. Was sind die Wölfe gerade, die mich angreifen? Uh. Jetzt bin ich auch noch auf Droge. Ja läuft. Oh, ist das gut. Und die sind Level 40 schon da eine. Raver. Raver. Ähm. So. Easy. So. Also der. Einen haben wir schon down. Der Kano ist immer am wegrennen. Also da sind wir auf einem guten Wege. Jetzt müssen wir halt nur noch. Ankommen und vielleicht die Wölfe töten oder so. Oder diese Art jene. Das schaffen wir nicht. Ach, ich bin beim Speedo gespawnt. Das schaffen wir leider nicht. Das schaffen wir schon. Das ist zu schwer. Ich glaub mir das ist echt zu schwer. Also mit Pfeilen und Bogen können wir die Teile auf jeden Fall töten. Ja? Der Bogen macht über 200 Schaden. Was hab ich letztens gemacht? Ähm. Also das schaffen wir auf jeden Fall. Wir müssen halt jetzt nur in die Pfeile kommen. Dementsprechend auch. Ich will da grad noch ein bisschen Holz nehmen bei Farmen. Vielleicht zu kalt' das aber. Snack. Nein. Oh nein. Hä, wie kam die da hoch? Snack war doch jetzt da oben gestanden. Äh! Ja. Ich musste wegrennen. Aber ich kam die hoch. Ah. Naja. Das Leben ist hart. Snack war sowieso. Leider. Nur neben geguckt. Nein aber das war echt auf Zufall. Komplett. Tja aber leider muss man das so machen. Man hat's Höhen und Tiefen Ja, sowieso Du sollst am Anfang, geht's ja mal schneller Ich habe jetzt mal meine Sachen wieder aufgehoben. Wo bist du? Ich loote gerade ein Skorpion Da bin ich Duck dich lieber du, da sind drei Raptoren, da würde ich nicht so aufrecht laufen So, da habe ich noch ganz wenig, ganz wenig Leben in dieser Rüstung Holz und Fasern, bräuchte ich Fasern bräuchte ich mehr, aber das ist ja nicht so toll Jetzt ist die Frage, pass auf, Raptor, Raptor, Raptor Ja, wie wir es jetzt angehen Ich würde auf jeden Fall die Raptoren töten Am sichersten wäre es, wenn wir durchs Wasser schwimmen Ich glaube, da finden wir die wenigsten Feinde Das könnte sein Wir haben noch keine gescheiten Fische jetzt gesehen, außer dieser Krabbe Ja, das stimmt allerdings auch wieder Ähm, Bogen Bogen fehlt mir nach Holz, glaube ich Ja, schau Oh, ein Spino ist da hinten Ja, gut, aber der ist weit weg Oh, alles in der Generation Okay, läuft von mir Ach du Scheiße, ist das echt Ich ertrinke Ich finde Drogen, ist das wie Oh, hier ist eine Krabbe in der Nähe Hallo, Raptor Oder komm, Raptor, ich Genau Reif den Pflanzenwasser an, das ist eine gute Idee Da würdest du drauf gehen Ich bin jetzt hier auf so einem Stein im Wasser Ich seh dich, ja Ich bin doch gerade am Holz mit ihm gefahren Irgendwas kämpft da Oh nein Forts auf, der Kano kommt zu dir Versuch ihn zu zählen Du kannst auf den Bestandsstelle, wenn du einen dabei hast Der rennt sofort immer weg Dann schießt er auf den Kano Schieß Weil die Jungs kommen mir gerade nicht an mich ran Ja, ich probier's Okay Was jetzt auch mal gestorben ist Wahrscheinlich unsere Skorpion ist gestorben Jetzt rennt er wieder weg Ja, dann kümmere dich um ihn Weil ich habe gerade die Wölfe hinter mir Ich ziehe sie gerade weg Weil die kommen nicht so schnell Ja, wenn ich noch genug habe dafür Probier's Die Wölfe lassen locker Oh ja Die Wölfe lassen einfach locker Wo ist er, wo ist er, wo ist er Mensch, ein Kano ist doch nicht so klein Dass man ihn überseht Oh, hier sind die Raptoren Ah ja, da ist er Jetzt kommt er wieder zurück Hoffentlich Hoffentlich macht er mir nichts Ey, was ist das für ein Schisser Junge, du bist ein Raubtier Tja Da ist meine Leiche Ah nein Mist, jetzt sind meine Steinschleuder kaputt Und ich habe nichts mehr Ja, ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Wo, am Haus, oder? Nicht am Haus Ja Ja, am Haus jetzt Nice Komm Bin unterwegs, bin unterwegs Ich habe keine, kein Leder Sonst würde ich jetzt auch Ein anderer Kano kämpft gerade mit dem Okay Warte, hier ist so ein Viech Kann ich das Ding töten Level 4, ja Ja Huch, vorsichtig Er ist down Er ist down Ah, sehr schön Nein, nein, nein Er ist nicht gut, ist Glaubt der an Aber noch Hörte ihn So, jetzt ist er weg, oder? Nein, er ist nicht tot Der hat sich eingegraben Egal, der macht nichts mehr Wir dürfen nicht füttern den Kano So, verliert ihr Leben Wenn wir ihn jetzt füttern Also, wenn Wenn die noch mal rauskommt Die kleine Ding Kommt die noch mal raus Ja, wir müssen den Druck halten Nicht Wenn sie jetzt angreift Solange wir das Ding nicht füttern Ja, wie denn? Die wollen wir das Ding töten Dauert ja auch Keine Ahnung Hat aber schon gut Schaden Der wird so viel aushalten Das glaubst du nicht Der wird immer umglutig, oder nicht? Ich weiß nicht, genau Pass auf, da hinten ist ein Raptor Ich will halt ungern die beiden nebeneinander haben Ich weiß nicht, wie denn einfach Der wird nicht viel brauchen Hast du ein Fleisch da? Ich hab eigentlich, doch Der Raptor, der Raptor Weg, 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 weg Lauf Der hält mich fest Der hält mich fest Ja, da kann ich dir leider nicht halten Tut mir leid Ja gut, schießt einen Bogen Schießt einen Bogen drauf Ja, ich probier's Schießt ein Fenster raus Wie auch immer Geh ins Haus Geh ins Haus Kann ich nicht mehr Wir haben ihn getötet Echt? Wir haben einen Bogen Das ist echt gut stark Da haben wir dann direkt gleich Sehr schön Sehr gut Äh, da hat noch was drin Was hat der? Äh, einen Metallspiegel Nimm die dir Ja, nehm ich Äh, egal Und ne Stoffhose Okay So Gut Wie schaut's aus? Ja Sehr gut Warte, ich, ich pikse den jetzt nochmal Ja, pikse den mal Mit der Metall Ich mach ihm keinen Schaden Nicht mal mit der Metall Geh auf dem Fenster musst du glaube ich Genau Ah, wir machen gar keinen Schaden Ich hab, ich hab angerufen Ja, dann lass mich in Ruhe Vielleicht wird er auch Unser dann nicht aggressiv sein Ich will, wir können Pilze Der, der ist kaum zu töten Wenn er in dem Modus ist Das ist der Wahnsinn Und Tiere können, glaube ich, töten Richtig Starkere Tiere Ich glaub, selbst dann Wenn er sich einrollt Ja, ich würde auch sagen Dass wir in den Kanu gezähmt haben Erstmal hinter das Haus stellen Dass die erstmal safe sind Bis wir ein paar Tiere haben Dass wir in die Masse statt Klasse gehen Vielleicht erstmal auch Ja, wobei Der Kanu würde ja schon gut sein Ja, aber Level 4 Ist halt trotzdem Ja, der kriegt jetzt aber Deutlich mehr Level da Der kriegt Null Level Okay, ne So viel dazu Der muss dreimal essen Da ist ein Trike Hallo Trike Das ist ja Level 200 Level 39 Oh, das wäre auch eine Möglichkeit noch Haben wir jetzt Leder? Ja, du hast doch Leder jetzt gerade gekriegt Ja Dann gib ihm mal bitte ein bisschen Leder Dann habe ich wieder Was, um meine Steinschleuder zu machen Und dann können wir eigentlich Direkt den Trike auch noch ziehen Ja, das ist die 128 Leder Du kriegst die Hälfte Bitteschön Dankeschön So, dann Warte, ich hole noch ein, zwei Steine Und dann zählen wir direkt den noch mit, oder? Ja, das wäre eine gute Idee Und Trike kannst du auch super wegrennen von dem Das ist gut auf, man muss noch ein bisschen kreismäßig Ähm, der hat ab und zu so einen Booster, aber das müsst ihr erkennen soweit Ja, ich bin soweit Okay Feuer Frei Okay, jetzt rennen wir ein bisschen Uiuiui Einfach rennen, rennen einfach von ihm weg Ich schieße in der Zeit Jetzt macht das den Boost, Achtung Oh ja Oh, ich schieße, ich Und dann ist schon wieder langsam Ja, ja Jetzt sind wir ganz kurz Ich laufe, laufe Ah, jetzt ist wieder der eine aufgewacht Aber der ist nicht feindlich Au Der weiß gar nicht mehr, was los ist Der hat geschlafen in der Zeit Na gut, zumindest ist es nicht mehr aggressiv bei uns Ah, mein Lederhut ist kaputt gegangen Null Uiuiui Er braucht bestimmt paar Pfeile, so ist es nicht Er oder Pode Steinchen Ja, ja, der hält was aus Der gute Oh, ich darf halt nur nicht ins Wasser rennen Das wäre halt ein Blöd, wenn er abhaut Ja, ich renn mal ein bisschen mehr zum Haus Tu das Uiuiui Also vorne auf der Panzerung machen wir eben quasi keinen Schaden Ne Es muss ja kein Schaden prinzipiell sein Das muss ja nur ihn umrichtig hauen. Ist ja nicht so schlimm. Oh, meine Armbrust packt. Nein! Schnell wegstecken, wieder aufnehmen. Die Steinschlutter, nicht die Armbrust. Komm! Komm, 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 komm! Ich brauche nicht mehr viel Leben nebenbei. Er rennt weg! Jetzt musst du ihn schon nutzen. Ich hoffe, wir töten ihn am Schluss nicht. Wir hören auf, sobald er umkippt. Jetzt bitte nicht rennen. Nicht zu dem Kanu. Nicht zu dem Kanu. Dann lass ihn laufen vielleicht. Geht woanders hin. Ich weiß nicht, wie gut er kann. Da ist ein Wolf links neben dir. Der Wolf greift sich an. Okay, der Wolf, links von dir, links von dir. Attacke! Wo ist er? Wo ist er? Ich bin schwer verletzt. Attacke! Der ist Level 26. Komm, den kriegen wir wohl noch down hier. Der ist ein Raptor. Ich kann nicht rennen. Ich bin schwer verletzt. Level 306. Ich bin tot, ich bin tot. Gnadenlos. Ich will nicht zum Kanu rennen. Ich will nicht zum Kanu rennen. Ich muss die ablenken. Ich renne zum Kanu. Der Kanu, der ist aber, weil ich weiß, nicht feindlich. So, jetzt ist er schon. Jetzt sind sie beide. Hab ich vielleicht auch rausgemerkt, dass sie zusammen kämpfen. Scheiße. Das ist schlecht. Level 239 Kanu. Wir nehmen uns im Hause ab und wir haben zwei Tiere da. Hau rein. Ich weiß leider nicht, was die Raptoren waren. Der eine hat so gesagt, er hat 300. Das kennen wir halt mal schön. Der eine war leider in 306 Jahren. Hinter unserem Haus gesprungen. Mega cool. Nach dem Kanu. Ja. 83 Prozent. Aber der kriegt halt nur Level plus. Das ist nicht gut. Ne, leider nicht. Den müssen wir echt einen sicherer Schwer bringen. So, jetzt würden wir aber den Trike mal reinlegen. Was isst denn der gerne? Ach, das sind die Kanus und die Raptoren, oder nicht? Egal. Was isst der gerne? Meoberries am liebsten, glaube ich. Meoberries, okay. Ja, da sind noch die drei Raptoren in der Nähe. Aber die sind ziemlich weit am Stein. Auf der rechten Seite. Und er ist auf der linken Seite. Okay. Siehst du meine Leiche irgendwo? Oder mein Rucksack dazu? Hab ich nicht gesehen. Ach, ich sehe sie in der Tasche, okay. Pass auf. Pass auf, der Kanu. Und die drei Raptoren sind fast neben dem Kanu. Hm. Siehst du, die Raptoren haben echt eine große Range. Der Kanu ist fertig. Ah, der Kanu. Bring schnell den Kanu weg. Dann der Kanu kommt weg. Der folgt dir, ja, Renn. Ander, komm weg. Ich zeig dir ein schönes Versteck, wo du bleiben darfst. Ich schaue, dass ich irgendwie hinkomme und dem jetzt was zu essen gebe, ja. Ja. So. Gut, du bleibst da erstmal. Er ist auf neutral, glaube ich. Darf er auch sein. Kann das schon mal in Sicherheit erstmal. So, wo sind die? Ach, da sind die Raptoren. Ich hab hier Mayo-Berries rein. Würde aber ein bisschen dauern, bis der gezähmt ist. Ja. Ich würde gerne zu meiner Leiche, ja. Kann ich mich nochmal hinlegen? Äh, X, oder? Ah, ja, genau. Ich schaff das. Pass auf, ne, du. Ist das deine oder meine? Ich weiß nicht. Ist deine nicht die weiter hinten, oder? Ne, ne, ne. Das müsste ein anderer Leiche sein. Das müsste vielleicht ein Tier sein. Ich das wüsste. Was meinst du? Achso, du wolltest, du wolltest... Ne. Könnte ich sein. Du willst irgendwas sehen. Aber ist ja egal. Oh nein, die Raptoren kommen näher. Hauptsache, wir kriegen das Zeug wieder. Ja, Felix, aufpassen. Ich bin unsichtbar. Das ist meine Leiche. Das ist meine Leiche. Tidam. Tidam. Drei Raptoren. Oh nein. Ich schaff das. Okay. Ich darf halt ja nicht aufstehen. Ich hab meine Leiche jetzt gelootet, auf jeden Fall. Ich geh mal weg vom Trike. Oh, dann überlasse ich dir mal. Eigentlich müssten wir ein Ablenk-Kommando erstellen, um die dort wegzubringen. Das Problem ist, ich komm halt nicht so weit. Obwohl, ich kann meinen Loot weglegen und da wegkommen. Äh, der eine Gefrappte ist ziemlich nah bei dir. Achtung. Oh. Ich leg meinen Loot weg und lock's den weg. Und dann sterbe ich und dann hab ich sie wieder weggelockt. Ich will aber erst mal einen Loot in Sicherheit bringen. So. Okay. Ich glaub, das reicht jetzt für den Trike, aber wenn der aufwacht, müssen wir extrem vorsichtig sein. Genau. Genau. Deswegen bleib ich jetzt schon mal hier in der Ecke. So. Ich mach das mal ganz kurz. Stop all. Solange muss das ja da bleiben. Leg mal das kurz dazu. Oh nein. Die Adaptoren gehen zu nah an den Trike ran. Leg dich hin. Leg dich hin. Nein. Sie greifen ihn an. Nein. Scheiße. Ich muss sie ablenken. Ja, ja. Lauf. Ja, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Hat keinen Sinn mehr. Jo. Jetzt muss ich wegrennen. Ich lock sie weg. Ich hab keinen Loot dabei. Ich versuch's ja auch grad. Ich hab keinen Loot dabei. Deswegen lock ich sie weg. Gut. Und ich hab's auch keinen Loot mehr dabei. Du scheiße. Versuch sie ganz wegzulocken. Wie denn die Schlucht, wo vorher die Wölfe waren. Ja, Raptor ist da. Ich lock ihn grad weg. Ja. Jetzt haben sie mich. Zwei Raptoren waren. Das ist der 306er und der 133er. Ich hab... Bei mir ist ein Level 13er, Raptor. Oh nein. Lauf, Felix. Lauf. Bring ihn weg. Bring ihn auf dem... Greif den Pflanzenfresser an. 13er. So. Sehr schön. Jetzt greif ihn an. Greif den Pflanzenfresser an. Nicht mich! Nein! Ich bin immer in der... in der Nähe gespawnt. Sehr schön. Jetzt soll ich mich nicht erkennen. Haben wir wenigstens wieder unseren Bereich geräumt. Okay. Danke, Graffe. Was ist jetzt mit der... mit dem Kanu? Der kann auch noch rumläuft. Ja, ich verstehe. Also den Kanu. Den könnten wir auch noch sehen. Könnte man sehen, ja. Aber der war Level 200 irgendwas, ne? Wird schwerer. Aber wenn wir beide drauf halten, wir können es probieren. Wir legen einfach alles ab, bis auf unsere Steinschleuder. Ja. Ja. Und wir gehen auf diesen Felschvorsprung. Ja. Der, wo der Nähe ist. Ich muss jetzt mal... Machen wir noch. Können wir gerne auch versuchen. Das wird halt mit Steinen halt gute Arbeit. Aber... das sollte doch nicht unmöglich sein. Egal. So. Wir könnten halt jetzt auch mal größere Kisten, ne? Ja. Das wäre aber eine gute Idee. Jetzt muss ich kurz mal den Loot wieder aufnehmen. Aber das wäre doch eine Möglichkeit, das Ganze in der nächsten Folge zu machen. Eins zu. In der nächsten Folge noch ein Kanu. Gute Idee. Ja. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und... Mal schauen, ob wir Erfolg haben werden. Ja. Das hoffen wir nochmal. Bis dann. Bis dann. Ciao.